Hallo liebe Bäckers, das ist ihr Mädchen, die gerade wegläuft, die mit dem dreckigen Gesicht, die nämlich gerade entschieden hat, dass sie nochmal eben bitte wieder ein Loch graben wollte, vor dem ich sie filmen könnte. Aber ich hoffe, dass sie mir das vergeben und sich einfach daran freut über das schöne Video über ihr Mädchen. Und ja jetzt, gerade ihr Urlaub hat ja gerade angefangen, so noch 14 Tage, ein bisschen mehr als 14 Tage, bis sie bei Ihnen sein wird. Und ich hoffe nicht, dass sie mir noch mehr Löcher hier gräbt. Das ist mein ganzer Garten, eine einzige Kraterlandschaft. Die Olivia, Olivia, sag mal Hallo, High Five, High Five. Und das ist die Kompanie für China, die können hier ein bisschen Spaß bieten hier. Okay.